Miss Ostschweizwahl 2013 wird präsentiert von Swiss Casinos St. Gallen. Herzlich willkommen hier im Pentorama in Amriswil, wo heute Abend entschieden wird, wer Miss Ostschweizwahl 2013 wird. Und natürlich nicht zu vergessen, wer der schön Mazda ein ganzes Jahr lang hier fährt. Wie ihr gesehen, ist der Saal hinter mir noch ziemlich leer. Aber bevor wir euch zeigen, wer Miss Ostschweizwahl 2013 ist, schauen wir mal hinter die Bühne. So kurz vor der Wahl, wie ist die Stimmung? Also die Stimmung ist eigentlich schon gut, aber man ist natürlich alle zusammen nervös und gespannt, wie es sein wird. Mal schauen, wie es sicher gut geht. Ich erhoffe mir eigentlich, dass ich heute einen schönen Abend habe, dass ich viel Spass habe und dass ich meine Choreos richtig mache. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Abend einfach geniessen tut, dass man Lust hat auf eine coole Show und dass man möglichst viele Erfahrungen mitnimmt. Es ist ja so, dass sie eine lange Promotionsphase hinter sich kennt, man ist lange zusammen. Ich glaube, es ist einfach ein Abend, wo das Finale ist. Sie sollen sich freuen und Spass haben, vor allem immer lachen. Es ist wichtig auf der Bühne, man muss sympathisch sein und lustig und ja, man sollte es einfach geniessen. Bei mir hier geht auf der Bühne Melika Skiar. Sie ist Projektleiterin der Miss Ost-Zweizwahl 2013. Es sind nur noch wenige Augenblicke, bis die Show dann anfängt. Was erwarten die Gäste heute Abend alles? Ja, Corinne, wie es der Name sagt, das ist das Finale. Das ist wirklich auch ein riesiges Finale, das wir geplant haben, über Wochen hinweg. Und ich denke auch, die Gäste können sich darauf freuen. Es wird sich eine richtige Show erwarten. Neben unseren 12 Finalistinnen, die natürlich einen Hammer-Auftritt liefern werden, haben wir noch spannende Showen, wie die Stefanie Berger oder Dirty Hands oder der GK. Und natürlich wird das Ganze auch noch im Rahmen von unseren Tänzern. Wir haben hier eine super Show und können stolz darauf sein. Es kommt wirklich darauf an, welcher Durchgang das stattfindet. Also wir haben zum Beispiel Jurygespräche gehabt. Dort schaut man natürlich, wie sich die Person, wie sie redet, wie sie sich präsentiert, was sie Verantwortung gibt. Beim Unterwäschdurchgang schaut man halt dann schon wieder mehr auf die Figur. Und dann bei den anderen jetzt zum Beispiel für den Kleider ist wirklich die Präsenz wichtig und wirklich das Gesicht. Miss Ostschweiz 2013. Mitgestattung von Berlin, Lisa! Ich kann es gar nicht beschreiben, also es ist unglaublich. Es ist zuerst gerade passiert. Ich muss meine Gefühle zuerst noch ordnen. Es ist voll unerwartet, aber ich finde es den Hammer. Wirklich, es ist cool. So, das ist jetzt das Team mit der Miss Ostschweizwahl 2013. Nächstes Jahr geht es wieder weiter mit den Hotspots 2014. Schaut euch das dann wieder rein!